Was ist Orchestrierung? Dieser Begriff wird immer häufiger in der IT verwendet und sickert langsam zu den Fachabteilungen durch. In diesem Video erkläre ich den Begriff, zeige die Probleme, welche die moderne IT immer häufiger auf den Tisch bekommt, erkläre die Performance-Komplexität-Trade-Off, beschreibe die Begriffe Single Point of Truth bzw. Single Point of Failure und wie man bessere und vor allem schnellere Applikationeninfrastrukturen herstellen kann. Falls du zum ersten Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du mich abonnierst und aktivierst die Benachrichtigungen. Und jetzt legen wir los. Um den Begriff Orchestrierung besser zu verstehen, sollte man das Gesamtbild der IT-Landschaft betrachten. In kleinen Unternehmen ist die IT-Infrastruktur vor allem am Anfang ziemlich überschaubar. Mit der Zeit wächst das Unternehmen und es wird die Notwendigkeit von Custom Relationship Management Systemen, kurz CRM, deutlicher. Moderne CRM-Systeme sind sehr flexibel und bieten neben ihrer Kernaufgabe Kundenbeziehungen zu pflegen, durch viele zusätzliche Applikationen auch für andere Fachabteilungen einen Mehrwert. So wächst ein CRM, wird größer und größer, kann aber natürlich nicht alles abdecken und so folgen weitere Systeme. Zum Beispiel wird ein Enterprise Resource Planning System, kurz ERP, eingeführt. Schnell stellt man fest, dass zwischen ERP und CRM IT-Brücken gebaut werden sollten, sogenannten Schnittstellen. Um die Komplexität der Schnittstellen zu reduzieren, nimmt man oft die Systeme vom gleichen Hersteller. Das macht es vielleicht schon einmal etwas einfacher, ändert aber nichts daran, dass die Schnittstellen hergestellt werden müssen. Nun haben wir viele Verbindungen zwischen ERP und CRM. Später kommen noch die Lösungen für Logistik, IT-Verwaltung, HR und so weiter und so fort. Auch diese Systeme brauchen Schnittstellen zum ERP, CRM oder kurz untereinander. Es entstehen auch viele eigene Entwicklungslösungen, da jedes Business unterschiedlich ist und für viele Aufgaben keine fertigen Lösungen auf dem Markt existieren. Wir sehen nun, dass die IT-Landschaft schon ziemlich komplex geworden ist. Nun kommen zum Beispiel die Fachabteilungen, wird der Vertrieb oder das Marketing zu IT und wollen noch weitere Applikationen für bestimmte Aufgaben entwickeln lassen. Wird in den Abteilungen beispielsweise primär mit CRM gearbeitet, wird die Frage wohl lauten, ob die neue Lösung gleich darin umgesetzt werden kann. An der Stelle sollte man einen Schritt zurück machen und schauen, wie die IT nun organisiert ist. Es sind mehrere Teams, die für bestimmte Bereiche verantwortlich sind. Ein Team für CRM, ein Team für ERP, ein Team für Eigenentwicklungen und so weiter. Fluch und Segen zugleich für moderne IT-Systeme ist, dass man damit so gut wie alles abbilden kann. Auch die Frage, ob es geht, die Applikationen in CRM zu bauen, ist die richtige Antwort, also fast immer Ja. Aber genau die gleiche Antwort bekäme man auch vom ERP-Team oder jedem anderen. Dort könnte man die App auch implementieren. Mittlerweile ist fast jedes System ein Schweizer Taschenmesser und kann alles. In vielen Firmen gibt es leider auch keinen Solution-Architekt, der die Frage anders stellen würde. Wo ist der Bau der App am sinnvollsten, am schnellsten und auch am günstigsten? Da diese Fragen oft nicht gestellt werden, werden einzelne Systeme einfach nur größer. Es werden mehr Schnittstellen dazwischen gebaut und mit der Zeit werden die einzelnen Systeme somit langsamer. Nicht nur die Performance leidet mit der Zeit, sondern auch die Entwicklung der Applikationen dauert nun stetig länger. Schauen wir uns auch ein anderes Problem an. Die Applikationslandschaft ist schon ziemlich groß und oft stellt sich die Frage, wo die Stammdaten eigentlich liegen. Sind sie in CRM oder ERP oder sogar in beiden? Und wenn die Daten in mehreren Systemen liegen, welche davon sind dann korrekt? Das führt uns zum Begriff Single Point of Truth, kurz Spot, oder auf Deutsch, ein einziger Punkt der Wahrheit. Man braucht immer eine Möglichkeit, um zu wissen, ob die Stammdaten richtig oder falsch sind. Um das Problem des Spots zu lösen, kann man eine von zwei Ansätzen verwenden. Zentralisierung mit Lösungen wie Data Lake oder Data Warehouse mit allen Vor- und Nachteilen oder Dezentralisierung. Jedes System ist dann für die Wahrheit seiner eigenen Daten verantwortlich. Dies im Detail zu betrachten, ist sehr aufwendig und würde den Rahmen des Videos sprengen. Ein anderes Problem können wir auch aus dem Bild ablesen. Wenn zum Beispiel CRM aus irgendeinem Grund ausfällt, werden viele umgebende Systeme auch ausfallen. Das ist das Problem Single Point of Failure, kurz SPOV, oder auf Deutsch, einzelner Ausfallpunkt. Zwar nicht aus der IT, aber dennoch ein Paradebeispiel hierfür ist ein kürzlicher Vorfall im Suezkanal. Das Problem eines einzigen Schiffs führte dazu, dass 13% des Welthandels ausfielen. Ein Ausfall an einem Punkt führt zum Ausfall von vielen anderen Systemen. Das ist SPOV. Im weiteren Verlauf werde ich primär über CRM sprechen, aber die Logiken gelten genauso auch für ERP oder jedes andere System. Irgendwann stellt man fest, dass das aktuelle CRM nicht mehr den Aufgaben und Volumen gerecht wird. Und eine Frage stellt sich immer öfter, wenn das CRM so langsam ist, sollten wir es dann einfach durch ein anderes ersetzen. Doch schaut euch jetzt mal die IT-Landschaft an. Die Systeme sind alle untereinander sehr stark vernetzt. Es ist eine sehr große Herausforderung, so viele Schnittstellen auf einmal auf ein anderes CRM umzubiegen. Dazu kommt, dass viele Mitarbeiter, die diese Schnittstellen damals aufgebaut haben, schon längst nicht mehr zur Verfügung stehen. Aus diesen Gründen ist der Austausch des CRM ein Projekt, das gut und gerne mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann und somit natürlich auch sehr kostspielig ist. Dies führt dazu, dass solche Projekte gerne so weit wie möglich in die Zukunft verschoben oder gar nicht rangegangen werden. Die Fachabteilungen müssen mit langsamen, schwer bedienbaren Systemen leben, sich auf sehr lange Entwicklungszeiten einstellen und mit sehr rigiden Applikationslandschaften kämpfen. Was könnte also besser gemacht werden? Wie könnte das Unternehmen diese Situation nun so lösen, dass es in ein paar Jahren nicht wieder an derselben Stelle steht? Schauen wir die IT-Landschaft nochmal genauer an. Ich sehe drei grundsätzliche Fehler, die man begangen hat. Es wurde keinem Team die Verantwortung und Durchsetzungsmacht gegeben, die ganze IT-Landschaft zu überwachen und die Entscheidungen zu treffen, wie und vor allem in welchem System die Applikationen entwickelt werden. Jedes System entwickelt sich in eigenem Königreich, hält oftmals redundanten Daten vor und wird noch öfter für Zwecke verwendet, für die es gar nicht vorgesehen ist. Jedes System unterhält Schnittstellen zu vielen anderen Systemen und trägt meistens auch allein das Wissen darüber, wo diese Schnittstellen vorkommen und wie diese funktionieren. Um solche Situationen vorzubeugen und eine bessere Applikationslandschaft aufzubauen, werden unterschiedliche Ansätze gefahren. In diesem Video betrachten wir die folgende Idee. Jedes System unterhält nur eine Schnittstelle zu einer zentralen Stelle. Diese Stelle ist dann für die Kommunikation zwischen den Systemen verantwortlich. Somit brauchen einzelne Systeme keine komplexen Schnittstellen zu ungewöhnlichen anderen Systemen zu bauen und ein Austausch eines Systems bedeutet nun nicht den Umbau aller umgebenden Systeme. Genau das ist Orchestrierung. Eine Stelle, die wir ein Dirigent allen anderen Systemen miteinander kommunizieren und gleichzeitig jedes System für seine Zwecke arbeiten lässt. Welche Systeme können denn so eine Verantwortung übernehmen? Dafür wurden sogenannte Enterprise Service Bus, kurz ESB, eingeführt. Allein das wäre eine sehr große Erleichterung für das Unternehmen und die IT, aber man könnte es noch besser machen. Wenn man genauer hinschaut, werden die meisten Anwendungen, die ESB ansprechen wollen, auch bestimmte Workflows abbilden. Dies führt zur nächsten Ausbaustufe. Als ESB sollte das intelligente Business Process Management, kurz IBPMS, dienen. Wir können auch die neuen Applikationen, die die Zusammenarbeit vieler Systeme sicherstellen müssen, im IBPMS entwickeln. Und das alles noch mittels Low-Code-Ansatz. Ein Traum, oder? Eine ideale Kombination ist demnach ein IBPMS als zentrale Anlaufstelle für alle Systeme. Eine Rolle des Solution-Architekts, um die Applikationslandschaft im Blick zu behalten und die Architekturklinien, damit zukünftig kein Haus mehr entsteht. Das Resultat ist eine effiziente und effektive IT, die agil und schnell auf Anforderungen der Fachabteilungen reagieren kann. Falls dich weitere Begriffe aus der modernen IT interessieren, schau gerne mal in diese Playlist. Ich bin Alexej, bis zum nächsten Mal.